Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir sind hier wieder bei, ich kann es leider nicht so gut aussprechen, Pyrotechniker Zahada, Zahada, genau. Wir werden in diesem Video Feuerwerk einkaufen und auch anzünden. Also alles, was du dir jetzt hier in diesem Video aussuchst, werden wir auch in diesem Video verzünden. Aber ich brauche schon deine Hilfe, du sollst mich schon noch beraten. Ja, wir schauen einfach mal. Und ich würde sagen, wir gehen. Bis gleich. So, your moment. Mein Moment. Ich darf den Laden leer kaufen, auf seine Kosten. Laden leer kaufen. Den Laden leer kaufen. So, dann schnapp dir mal den Karton. Den Karton haben wir auch schon bereit. Alles, was du da jetzt reinpackst, werden wir auch noch in diesem Video verzünden. Das stimmt, ja. Wenn ich mich da reinpacke, zündest du mich dann auch an. Das können wir überlegen, aber... Dieser Humor. Ja. Sorry. Dann, ich lasse mich mal hier stehen. Ich bin jetzt so gespannt, was du einpackst. Ich mache eigentlich jetzt nur F1 rein. Ich mache mit F1. Okay, dann stecke ich dich ins Auto und dann mache ich hier weiter. Ich möchte auf jeden Fall die dicken Dinger heute holen. Die dicken Dinger? Ja. Ja, die dicken Dinger. Also, lehre ich krachen lang. Wir haben ja auch schon mal einen Karton. Ja, aber da kannst du ja jetzt nicht so... Die dicken Dinger. Das stapeln wir alles in die Höhe. Gut, dann leg mal los. Okay, also, ich meine, wir lassen es krachen. Also, nehmen wir erstmal hier die ganzen F1er. Ja, dann... Lustig. Pack ein. Ich weiß nicht mehr, waren die krass? Ja, ich glaube schon, ja. So, was ist denn das hier? Sind das auch so Singleshots? Nehmen wir mit, oder? Pack ein. Pack ein, bitte. Okidoki. Huch. Boah, Schock. Hatten wir die nicht auch das letzte Mal? Ja. Ich weiß, kann ich nicht mehr. Silvester Vorfreude Teil 4. Aber das ist eine Fontäne. Ja. Will ich gerade noch nicht. Nee, also, ich dachte, du willst es krachen lassen. Ja. Die willst auch krachen lassen. Ich gehe von aus. Was ist das hier? Ist auch so ein... Ja, auch so Fontäne-mäßig. Ach so. Ich höre schon in deiner Stimme, hier sollte ich mir nichts rausnehmen. Such die aus, das ist dein Video, Schatz. Hätte ich die jetzt schon? Ja. Ja, ne? Das sind die selben, ja. Aber ich möchte die da oben haben, aber ich komme da nicht dran. Du kommst da nicht dran? Nein. Ich komme nicht dran. Wer würde ihr helfen, Leute? Im Supermarkt. Oh, Junge. So, was kriege ich jetzt dafür? Die sehen auch sehr interessant aus, gell? Die sehen aus, als wären so, dass die Babys von dem anderen großen... Schatz ist jetzt hier einen fetten Vergleich, oder was? Stimmt, das ist voll der... Oh, das ist voll der Single-Schatz-Vergleich. Das ist eigentlich voll geil. Dann müsste die hier noch mitnehmen. Extra-Video. Ding, ding. Easy Upload. Easy Upload. Was ist das hier? Guck mal, das sind auch so Single-Shots wahrscheinlich, ja. Single-Shots. Einmal im Jahr ist das Geld neben Sache. Batzen. Batzen. Das sind jetzt so Mini-Batterien-Batterien-Junge, der sieht einfach so lustig aus. Ja, der sieht lustig aus. Oh mein Gott. Okay, Junge, die Kuh. Ey, die Kuh ist eigentlich schon krass. Willst du mit, ne? Crazy. Ja, komm, nimm sie mit. Die Kuh macht muh. Und die Kuh macht boom. Boom? Boom. Dann gibt's schöne Rindfleisch. Es wird immer schlimmer hier mit meinen Kommentaren, es tut mir leid. Rindfleisch? Es ist, Kühe sind doch Rindler, ne? Das wird ein sehr, sehr mystisches Video. Was ich dir den gefallen tun möchte, ist eine von den, ähm, steht die hier noch? Scheiße, wo steht die? Ah, ne, die ist gar nicht mehr da. Doch, da. Ja, die willst du holen? Für dich. Für mich, aber das ist doch dein Video. Ja, aber du wolltest sie doch die ganze Zeit auch machen und du hast es immer vergessen. Okay. Okay? Okay, dann lass es gerade, komm. Boah, das ist schwer. Aber die Batterien stellst du vielleicht mal hier vorne hin? Stell es mal direkt hier hin. Okay, Max-Force. Was denkst du? So eine 50 mm solltest du dir auf jeden Fall noch mitnehmen. Das sind die hier, ne? Aber hier steht 45 mm. Ja, 45. Oder 50 so. Eigentlich ja die hier, oder? No Limits. Auch nicht. Auch nicht. Ich will dich die gerne abstellen. Ja, stell sie ab. Aber ich kann nicht erkennen, wie lang die brennt. Ich würde die einfach mal mitnehmen. Einfach mal mitnehmen 2500, geht das klar? Ja. Oder die hier. Ich würde die hier mitnehmen. Echt? Okay, du bist dann schott, wenn die schluss ist. Vielleicht so, wie es ist. Wenn ihr die hier kennt, Leute, schreibt rein, ob die besser dann war. Welches ist besser, Wild oder Max-Force? Genau. Nimm mit, was du willst. Aber du bist wild. Bin ich wild. Da wirst du die jetzt hier raus haben. Oh mein Gott. Zeitüberschreitung. Oh Gott, oh Gott. Ja, wer Feuerwerk haben möchte, muss auch schleppen, ne? Boah, ich bin außer Atem. Boah, die sieht sehr lustig aus. Die sieht so gut aus. So eine Fächerbatterie solltest du dir noch mitnehmen. Also die da oben haben wir schon, ne? Ja. Ähm. Boah. Die hatten wir schon mal? Mhm. Dann eigentlich die, ne? Ja, oder die hier. Die hatte ich, glaube ich, schon mal. Okay. Mutant, ich bin mir aber unsicher. Ja, guck mal, ob ich da dran komme. Ich krieg's nicht hin. Kriegst du hin? Nein, das schaff ich nicht. Ich schaff's nicht, weil das hängt hier drin, weißt du? Und das schaff ich jetzt nicht. Okay, jetzt schaff ich's. Glaub ich. Alter, das willst du alles in diesem Video noch verballern? Ja. Das ist doch krass, oder? Das ist ja ein fettes... An einer richtig krassen Location. Das ist ein fettes Video, Leute. Dafür jetzt schon mal einen Daumen hoch. So, eine Sache fehlt dir noch. Raketschen. Raketschen. Ähm, also ich finde schon, dass wir die Nummer nehmen sollten. Das ist ein 900. Also wenn du es krachen lassen möchtest. Ich lass's krachen. Okay, huch. Und die Limitage, oder? Ja. Boah. Cool. Das sind schon dicke Raketen. Gute Auswahl. Die hatten wir schon mal, oder? Die hatten wir schon mal. Die hatten wir schon mal, ja. Und wenn du deinen Arm da vorher. Oh, Entschuldigung. Okay. Ich denke... Eieiei. Und dein Karton steht noch da hinten. Den hole ich jetzt auch noch. Weil... Alter. Alles für ein Video. Celine rastet aus, Alter. Hashtag Celine dreht durch. Du hast mir das ja auch so beigebracht, oder? Ja schon, aber das ist halt schon eine harte Eskalation. Das Ding ist größer als du. Ich will ja nix sagen, ey. Ich bin sehr überfallen mit einer Raketen. Ich muss sie jetzt hier auf den Boden legen. Ich hab's nicht anders. Den Mund zu voll genommen. Den Mund zu voll genommen. Ich wachs dich, ey. Den Korb. Den Korb. Der Singershot Korb. Also ich find's richtig cool, weil ich mag Singershot. Und hier auch noch mal so ne Batze. Ach stimmt. Die Muu. Oh mein Gott. Darauf hab ich richtig Bock auf diese Muu. Auf diese Muu. Wieso muss das in jedem Video passieren, wo wir beide sprechen? Okay, komm. Schleppnen, schleppen. Ich kann sie schleppen. Okay. Das sieht auch gut aus, oder? Das ist krass. Was hattest du ungefähr für einen Warenwert? Was denkst du? Äh, in Euro? Mhm. 500 vielleicht? Leute, vergesst nicht, wenn ihr hierherkommt, dass ihr 10% Rabatt bekommt, wenn ihr... Sagt, dass ihr von Celine kommt. Wenn ihr sagt, ihr kommt von Mr. Pyromanager, dann könnt ihr euch auch mal so dicke Dinger mitnehmen. Aber aufpassen. Also fragt lieber nach, was ihr mit drüber nehmt euch, gell? Also das, was ihr hier seht, solltet ihr eher nicht mit nach Deutschland nehmen. Genau. Und deswegen werden wir später auf ne richtig coole Location fahren. Ja, da bin ich mal gespannt. Das soll anscheinend ein alter Flughafen sein. Ne, solltet ihr nicht. Es soll einfach ein Flughafen sein. Ah, okay. Und das wird, glaube ich, richtig, richtig gut. Aber ich hab da richtig Bock drauf. Wir labern viel zu viel, wenn das alles noch ins Video kommen soll, wie wir das alles anzünden. Oh mein Gott, stimmt. Das hab ich mal vergessen. Vielleicht machen wir zwei Teile? Ja, aber das sollte ja eigentlich gerade das Format sein. Ihr werdet sehen, wie wir es machen. So Leute, wir sind jetzt draußen auf einem richtig geilen Platz, auf so einem Flughafen oder so. Und ja, wir führen jetzt anfangen mit dem Zünden. Ja, jetzt wird geballert. Ballert. Übelst. Starten wir mit dem Scream. Scream, okay. Bereit? Bereit. Ich muss jetzt zünden, weil Selin es nicht hinbekommt, drei Stück auf einmal zu zünden. Ja Leute, es tut mir leid. Scheiß drauf. Und jetzt krieg ich es auch nicht hin. Ey, die sind so cool. Sehr, sehr krass. Der letzte war so lange. Ja. Jetzt verballer ich hier deinen Stuff oder was? Ja, ich gönne dir so den Moment. Wir machen jetzt einfach mal so direkt so ein Fünfer. Jetzt. XXL Zander 30mm. Gib mir die 30mm. So, dann haben wir jetzt hier noch Triple Dum Bums. Drei Stück auf einmal, also neun Stück. Schaffst du das? Ja. Ich schaffe es nicht, deswegen machst du es. Bereit? Ja. Oh. Sorry. Also jetzt, Class 6, 37mm. Und zum Abschluss nochmal 50mm, no limits. So, jetzt haben wir unsere Raketen, die wir eingekauft haben. Die du eingekauft hast. Die ich eingekauft habe, aber ich will dich immer mit einbeziehen, du warst ja auch dabei. Und, wir haben ja einmal Tiger Rackets, haben wir ja gesehen. Alles F3 Raketen übrigens. Oh, die gucke ich auch. Na ja, wie macht man das eigentlich? Ja? Mhm. Okay. Drei verschiedene Größen, ne? So. Huch. Oh. Genau. So. So, dann sehen wir die anderen noch aus, oder? Die kennen wir ja auch schon. Die waren geil, oder? Ja. Ja, richtig gut. Classic. Waren hatten die verschiedene Effekte? Ich weiß gar nicht. Ich glaube schon. Achso, jetzt begann scharf. Ja, ich glaube. Perfekt, habe ich schon mal die richtige gekauft. Willst du nicht alle machen? Na doch, oder? Dann heb eine auf für morgen. Ja, dann können wir auch zwei aufheben. Okay. Okay. Und dann die? Äh. Na, dann machen wir beide. Brokat. Crown. Ich bin so stark, ich bin auch mal hier. Oh, dieser Stab. Stell dich mal daneben. Die sind auch echt großartig. Okay. Gut. Starten wir aber mit den Kleidern, würde ich sagen. Ja. Okay. So eine schöne Aussicht hier. Die Raketen aus den Mörsern schießen. Tiger-Raketen, auf geht's. Die Gesamte hinten. Die Batterie. Mach erst mal die einzelne Kleinen. Die sind die jetzt richtig, ja? Stellst dich immer genau vor meinen Sagen. Ja, aber ich sehe sonst die Zündschnur nicht. Ja, doch. Besser sogar, weil du machst ja einen Schatten auf die Rakete, wenn du dich vor mir stellst. Ja, ich weiß nicht, wie ich das mache. Ich probiere eine und wenn du es treibst, machst du es. Die Batterie fängt Feuer. Die sind ja full strong. Die sind ja auch schön. Wie du schon sagst, die sind auch schon krass, die Kleinen. Ja. Komm, mach die doch auf einmal schlafen. Das kann ich machen. Ja, du darfst. Weil das triggert mich. Ich stehe auf jeden Fall viel zu nah. Okay, die mittlere. Erstmal eine einzelne. Traut raus, ich wieder nicht. Boah, das ist mega. Mega, mega, mega krass. Drei auf einmal. So, drei auf einmal. Juhu. Was du dir so toll ausgesucht hast. Danke. Jetzt kommen die Großen. Und jetzt? Drei auf einmal. Wenn du das möchtest. Ja. Größte spielt keine Rolle, ne Schatz? Ja. Bin ich bei dir. Jetzt kommen die Limit, oder? Limited. Ja. Erstmal eine einzelne, hab ich gehört. Hab ich auch gehört. Klasek. Limited delivery. Boah, krass. Redel, ne? Ja. Die sind echt schön. 100 Gramm. Und jetzt die Big Boom. Broken Crown. Big Boom. Bereit? Ja. Ja. Boah, auch sehr, sehr schön. Deine letzte Rakete, Schatz. Okay, jetzt sind sie an für mich. Broken Crown, die zweite. Sehr stark. Der Hall ist so krass. Das warst du mit meinem Video. Ne, jetzt geben wir jetzt noch zu den Batterien über. Stimmt. Let's go. Deine Batterien. Meine Batterien. So, jetzt haben wir hier meine dicken Batzen. Mit meiner Mu-Mu. Mit deiner Mu-Mu. Sorry, das musste sein. Und ich würde auch sagen, fang auch mit der kleinsten an, oder? Das mit meiner Mu-Mu. Mit deiner Mu-Mu, okay. Seid ihr bescheuert. Fangen wir an. Oh, die steht. Okay, Mu-Mu. Mu-Mu. Gezündet von einer Mu-Mu. Der war schon hart. Okay, bereit? Willkommen, eben. Off-te �аете? Feinde. Wir wollen. Die war gut! Also die Mumu war krass. Super wide strobe, Junge. Jetzt geht's ab, Alter. Bereit? Bereit. Wuuuuh! Wuhuuu! Und? So schön! Hammer! Wir müssen die anderen da holen! Mutant Fächerbatterie von Classic. Du lässt's krachen. Celine, das muss man dir lassen. Du lässt's wirklich krachen. Angekündigt und durchgezogen. Wie ein Mann. Ich bin ein Mann. Einfach ein Macher. Siehst du meine Eier? Ja, dicke Klöten, Alter. So, warte, ich geh auf Distanz. Du warte, du warte, du warte, du warte. Bye-bye! Woah! Gold-Palme. Gold-Palme. Eieieiei. Haaa! So, Finale. Finale. Es kommt Wild Fireworks. Wie viel Millimeter? Warte, sag ich dir. 45 Millimeter. Ja. 36 Schuss. Mehr sehe ich nicht. Ich weiß nicht, was ich sehe. Kostet, glaube ich. Einen Hundi oder so. Na dann. Hau mal an. Finale. Gib einen Daumen hoch. Äh, Leute. Für mehr Celine Videos. Ja, ich bin eher dafür, dass wir so zusammen Videos machen. Ja, machen wir ja. Sonst würde ich ja jetzt hier nicht stehen. Genau, das ist jetzt das Finale. Und ihr müsst mal sagen, ob ich eine gute Wahl getroffen habe oder nicht. Genau. Schreibt mal in die Kommentare, wie die Auswahl war von Celine. Genau. Und ob ich für mein erstes mal Feuerwerk einkaufen es gut gemacht habe. Ich denke nicht. Ich denke nicht. Das war auf jeden Fall sehr scheiße. Dann hau mal an. Äh, worum stell ich die hin? Ja, auch daneben dran. Lustig. Ich probiere die hier so einzuklemmen. Dazwischen? Mhm. Okay, Wild! Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Zugabe! Okay, das war's, ne? Ja, das war's. Noch mal so ein Abschlusswort, oder? Hat sich alles gesagt. Eigentlich alles gesagt, oder? Alles gesagt. Ja, ich würde schon sagen. Oder? Haut da rein! Und... Tschüss! Tschüss! Ich glaub's nicht.